Leute, was ein Bitcoin Pump! Heute Nacht war es soweit. Bitcoin zündet die Rakete, durchschießt seine letzte Hürde bei knapp 32.000 US-Dollar, zieht weiter an bis zu unseren Ziell-Leveln und markiert damit ein neues Jahreshof bei über 35.000 US-Dollar. Ausgelöst wieder einmal durch Major Breaking News zum BlackRock Bitcoin Spot ETF, denn dieser ist jetzt offiziell bei der Depository Trust & Clearing Corporation gelistet worden mit dem Ticker IBTC. Und wir erfahren ebenfalls, dass BlackRock angefangen hat, im Oktober seinen ETF zu seeden, also diesen mit echten Bitcoins zu hinterlegen. Das löst die größte Short Liquidation im gesamten Jahr aus. Über eine Milliarde US-Dollar an Open Interest vom Markt weggespült, über 246 Millionen an Short Liquidations in den letzten zwölf Stunden und ein neues Jahreshoch bei über 35.000 US-Dollar. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter hier für Bitcoin? Können wir dieses Momentum aufrechterhalten? Sehen wir weitere Kurssteigerungen und darüber werden wir detailliert im heutigen Update sprechen. Tiefgehende Chartanalyse und Kursprognose erwartet dich im heutigen Update. Falls dir gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett nur hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading Tag und lerne definitiv jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Wir verschwenden keine Zeit, wir legen direkt los mit der Analyse. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und heute Leute, mit dem Update, freut mich, dass ich das in diesem Jahr noch so sagen kann, zum neuen Jahreshoch von Bitcoin. Der Markt glüht aktuell, wir sehen es auch hier im Hintergrund, der Kryptomarkt massivst am Erholen, nahezu jedes Top 100 Projekt hier im grünen Bereich. Das Spotportfolio glüht ebenfalls, neues Jahreshoch dort erreicht. Würde mich natürlich freuen, wenn du ebenfalls an diesem massiven Uprun partizipieren konntest. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dein Portfolio aktuell aussieht und wir rollen das Ganze jetzt einmal auf. Was ist denn hier aktuell los auf dem Kryptomarkt? Gestern noch über die letzte Hürde hier von Bitcoin bei knapp 31.800 US-Dollar gesprochen. Das war das letzte Jahreshoch. Am 13.07.2023 haben wir dieses gebildet. Danach sind wir erst einmal nochmal klar abverkauft worden. Erneut wieder in unseren übergeordneten Kaufbereich. Auch hier drüber hatten wir gesprochen, Leute. Das Mindestziel der Korrektur war abgeschlossen. 25.679 US-Dollar wurden angelaufen. Letztendlich war das interessanteste Level dann das 55.9er bei knapp 25.000 US-Dollar. Der Markt sticht einmal kurz rein und seither beginnt er seine neue Rallye. Heute Nacht durchschießen wir die Marke von 31.800 US-Dollar und ziehen direkt an bis zu den Zielleveln, Leute, über die wir schon eine lange Weile sprechen. Mit dem Hoch bzw. mit dem Bruch des Hochs bei knapp 25.000 US-Dollar, also mit diesem Pump hier im März, sprechen wir von den Zielen in den Regionen von 35.000 US-Dollar hoch bis 39.000 US-Dollar. Ich habe immer gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann es der Fall sein wird, dass wir diese erreichen. Es ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir innerhalb dieser hellgrünen Struktur, die ihr hier seht, verlaufen und damit natürlich auch immer wieder unsere interessanten Wiedereinstiegslevel nutzen können für eine Akkumulation, um dann früher oder später an diesem Pump zu partizipieren. Und jetzt war es soweit, Leute. Wir brauchten natürlich einen Katalysator dafür und dieser Katalysator, der wurde gestern veröffentlicht. In diesem Fall Major Breaking News hier zum BlackRock Bitcoin Spot ETF, denn dieser ist jetzt bei einer Nasdaq Trade Clearing Firm gelistet worden. In diesem Fall auch hier auf X, bekannt gegeben, falls du mir noch nicht auf Twitter X folgst, kannst du dies ebenfalls gerne machen. Da halte ich dich up to date mit den wichtigsten News hier rund um Bitcoin, Ethereum und Co. In diesem Fall hat Eric Balchunas, ein Senior ETF Analyst für Bloomberg berichtet, dass der BlackRock Bitcoin Spot ETF bei der Depository Trust & Clearing Corporation notiert wurde. Ganz wichtig, diese Firma wickelt auch Nasdaq Trades ab. Und in diesem Fall ist hier der iShares Bitcoin TRSHS mit dem Ticker IBTC gelistet worden. Massive bullische News, Leute. Ein weiterer Hint mit dem Zaunfall oder Wink mit dem Zaunfall. Wir stehen so nah an diesem Bitcoin Spot ETF, der massivst viel an Liquidität, an Geld auf den Kryptomarkt spülen wird. Und wir erfahren ebenfalls gestern auch erneut von Eric Balchunas, beziehungsweise in diesem Fall von Scott Johnson, einem Finance Lawyer, dass hier in diesem Fall der BlackRock Bitcoin Spot ETF Antrag noch einmal ein bisschen angepasst worden ist, vor ein paar Tagen, vor einer knappen Woche. Ich meine, es war der 18. Oktober. Und in diesem Fall sieht man hier oder ist geschrieben, dass der Bitcoin ETF ab Oktober gesiedet werden soll. In diesem Fall ist es dieser Artikel, beziehungsweise dieser Ausschnitt aus diesem Antrag, dass hier Bitcoin oder in diesem Fall BlackRock anfängt, ihren ETF mit Bitcoins zu seeden. Soll jetzt nicht direkt heißen, dass hier direkt sehr, 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 sehr viel Kapital reinfließt. Das sagt auch nochmal Eric Balchunas. In diesem Fall ist es ein Initial Funding, which is provided typically by a bank or broker dealer, used to purchase a few creation units, in diesem Fall Bitcoins, für die Exchange, für den ETF. Es ist jetzt aber nicht so, hier stellt das noch einmal klar, dass a lot of money direkt hier reinfließt, sondern gerade so genug, um diesen ETF am Laufen zu lassen, beziehungsweise starten zu lassen. Nichtsdestotrotz, Major Breaking News ist sehr, sehr bullish, Leute. Das löst die größte Short Liquidation Kaskade für das gesamte Jahr aus. Über eine Milliarde US-Dollar an Open Interest wurde hier einfach von dem Markt weggespült mit diesem Pump hoch bis an die 35.000 US-Dollar Marke und in diesem Fall über 246 Millionen an Shorts liquidiert. Wenn wir uns dazu jetzt einmal die Liquidation Heatmaps anschauen, Leute, dann guckt ihr einfach mal in einen blauen See. In diesem Fall sämtliche Liquidität mit diesem Pump jetzt auch nach oben hin im 3-Monats-Chart gecleared. Im 1-Monats-Chart keine Liquidität nach oben. Im 7-Tages-Chart keine Liquidität nach oben. Ganz, ganz bisschen in den Regionen von 37.300. Im 12-Stunden-Chart alles rausrasiert. Unter uns liegt aktuell die meiste Liquidität. Hier im 12-Stunden-Chart in den kleinen Timeframes Liquidität hinzugekommen. 30.700 US-Dollar. Leute, das ist aktuell. Wäre das ein Drop von aktuellen 3.000 US-Dollar, den man hier dann sehen würde. Wir sprechen gleich über das Chartbild, über die weiteren Kursverläufe von Bitcoin. Doch in diesem Fall ist es echt spannend, wie viel Liquidität hier von dem Markt durch diesen Pump nach oben hin herausgenommen wurde. Nach unten hin die meiste Liquidität im 7-Tages-Chart. Erst wieder zu finden in den Regionen von 28.000 US-Dollar. Im 1-Monats-Chart bei 26.000 US-Dollar. Und im 3-Monats-Chart bei knapp unter 24.000 US-Dollar. Hier der Liquidation Levels Delta. Aktuell an der Peak waren über 27 Milliarden US-Dollar an Long Open Interest hier im Markt. Über 746 Short Liquidations versus 87 Long Liquidations. Wenn wir uns das jetzt einmal kurz von den Bubbles her anschauen, von den Liquidation Levels her, welche die nächsten interessanten Liquidation Levels sind, dann sehen wir nach oben hin, gibt es aktuell nur zwei. 35.630 US-Dollar und 35.930 US-Dollar. Nach unten hin gibt es einige Liquidations, doch die sind sehr, sehr weit entfernt gerade aktuell, Leute. Demnach aktuell wenig Liquidität für die Market Maker nach oben als auch kurzfristig nach unten hin abzugreifen. Was aber noch einmal verdeutlicht, dass dieser letzte Uprun hier von Bitcoin primär durch Spot-Nachfrage ausgelöst wurde und damit auch als nachhaltige Bewegung gekennzeichnet werden kann. Lasst uns jetzt einmal kurz über den Chart von Bitcoin sprechen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir sprechen schon lange über diese hellgrüne Struktur, Leute. Und die haben wir jetzt ins Ziel-Level gebracht. Das erste Ziel-Level, die 161.8er Extensions-Level angelaufen. Wir hatten aber ebenfalls, gestern meine ich sogar im Update-Video, hatte ich dazu drüber gesprochen, dadurch, dass wir strukturell nicht nur ein BC-Korrektur-Level angelaufen haben, danach kurzfristig ein neues, höheres Hoch gebildet haben, danach erneut korrigiert sind und ein zweites BC-Korrektur-Level angelaufen haben und dadurch sozusagen eine Konsolidierung-Seitwärts-Range hier bilden konnten, haben wir immens viel Power in dem Markt dazugewonnen. Der Markt hat sich aufgeladen und wir sprechen immer wieder darüber, in solchen Konsolidierungsphasen baut der Markt seinen Druck auf und wenn er sich entlädt, dann entlädt er sich richtig. Demnach gehe ich nicht davon aus, dass bereits an der 35.000 US-Dollar-Marke hier Schluss ist, dass wir letztendlich noch weiter höhere Kurse in den höheren Zielregionen sehen, von knapp 39.000 US-Dollar. Muss das denn jetzt in eins geschehen? Natürlich nicht, Leute. Wir haben wieder diese Mega-Entladung gesehen. Wir sprechen schon seit Tagen von dieser Überkauf an dem Markt, vor allen Dingen jetzt auch hier im Wochenchart im überkauften Bereich angekommen, im Tagesschart deutlich überkauft, im 4-Stunden-Chart ebenfalls deutlich überkauft. Dementsprechend ist es natürlich immer weiter risikobehaftet, dass wir hier kurzfristig Rücksetzer sehen im Markt. Dementsprechend, ich selber feiere einfach gerade nur, dass mein Bitcoin-Spot-Portfolio und auch das Altcoin-Portfolio so massivst am glühen ist. Ich freue mich einfach, dass wir diese Chancen hier immer wieder genutzt haben, während andere immer wieder davon gesprochen haben, es wird noch einmal diesen Crash unter 15.000 US-Dollar kommen. Wir letzten Endes einfach daran, sage ich mal, geblieben sind, was wir machen, unseren Stiefel runtergetradet und investiert haben nach System und dementsprechend an diesen massiven Kurssteigerungen partizipieren konnten. Wie geht es denn jetzt kurzfristig weiter, ist die Frage. Ich habe gerade gesagt, dieser Pump in die 39.000 US-Dollar-Region muss definitiv nicht in 1 erfolgen. Was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, was ich zumindest mache, meinen nächsten Long-Trade zu eröffnen, sollte der Markt jetzt einmal kurzfristig korrigieren. Dann nehme ich nicht, ganz wichtig, das Gesamtkorrekturlevel dieser Bewegung, um meinen Wiedereinstieg zu finden. Nein, erwartungshaltungstechnisch habe ich einfach viel, viel höhere Erwartungen an diesen gesamten Move dieser grünen Struktur in die Region von knapp 39.000 US-Dollar. Dementsprechend trade ich intern und ziehe mir einfach, in Anführungsstrichen einfach nur, das entgegengesetzte Korrekturlevel dieser letzten Aufwärtsbewegung von unserem Tief bei knapp 25.000 US-Dollar hoch bis zum Hoch und haben damit einen interessanten Wiedereinstiegsbereich. Passt auch schön mit der psychologischen Marke, der Retest-Marke von 30.000 US-Dollar hier in den Regionen. Also 30.090 US-Dollar runter bis 28.357 US-Dollar. Stellt für mich einen interessanten Bereich wieder dar, kurzfristig in einen Bitcoin-Long-Trade einzugehen, um noch einmal den weiteren Up-Move mitnehmen zu können. Was ebenfalls noch höchst interessant zu beobachten ist, ist folgendes Leute. Werfen wir einen kurzen Blick hier auf den Allzeit-Chart von Bitcoin, die gesamte Preishistorie hier abgebildet. Und im BLX-Chart haben wir immer wieder die Bullen- und Bärenmärkte miteinander verglichen. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Das Preiskursziel von Bitcoin vor dem Halving. Wo wird er seinen Top letzten Endes bilden vor dem Halving? Ich rechne nicht mit neuen Allzeithochs vor dem Halving. Das sehe ich erst nach dem Halving Ende 2024, dass wir ein neues Allzeithoch über 69.000 US-Dollar bilden. Nichtsdestotrotz haben wir in der Vergangenheit vor dem Halving immer Folgendes gemacht. Leute, wir haben eine massive Kurs-Rallye bereits gesehen. Bis wohin ging diese Kurs-Rallye? Sie ging bis in das entgegengesetzte Korrektur-Level, das Fibonacci-Level dieser Abwärtsbewegung von mindestens 50%. Wenn wir uns das einmal hier kurz anlegen, ist das folgendes Level. Wir ziehen uns das Fibonacci-Level und kommen dann auf diesen roten Bereich. Dieser ist angelaufen worden vor dem Halving. In diesem Fall August 2016. Hier haben wir das Hochreinbekommen Juni 2016. Danach natürlich Bullenmarkt, Bärenmarkt. Doch auch hier kam es dann bereits vor dem Halving. Deutlich vor dem Halving. Hier bereits im Juni 2019. Knappes Jahr vor dem Halving. Im Jahr Mai 2020 in diesem Fall. Wir haben aber auch hier wiederum die Strecke des entgegengesetzten Korrektur-Levels nach oben hin angelaufen. Wiederum mindestens 50% dieser Abwärtsbewegung Retrace korrigiert erholt. Und jetzt schaut es euch an. Auch das war letzten Endes eine Prediction, eine Prognose unsererseits, dass das Maximalziel hier für Bitcoin im entgegengesetzten Korrektur-Level dieser Abwärtsbewegung liegt. Und das ist hier bereits hinterlegt, eingezeichnet. Dementsprechend das Maximalziel für dieses Jahr von Bitcoin 42.000 US-Dollar hoch bis 51.000 US-Dollar. Ist das möglich? Durchaus, Leute. 39.000 US-Dollar liegt unser 200er Extension Ziel-Level. Eine leichte Überextension immer möglich. Auch vor allen Dingen hier auf dem Kryptomarkt. Und dann hatten wir auch, sage ich mal, die Zielzone für das Jahresende gesagt. In diesen Regionen, wo wir jetzt gerade aktuell stehen. 36.000 US-Dollar runter bis 28.000 US-Dollar. Hier sehe ich den Markt am Jahresende stehen. Lasst uns abschließend noch einmal kurz über den aktuellen Trading-Fahrplan sprechen. Wenn wir eine kurzfristige Korrektur sehen sollten, wie gesagt, muss sie erfolgen? Nein. Kann sie erfolgen? Durchaus. Dann bin ich definitiv da mit einem nächsten Long-Trade innerhalb dieses Bereiches. Ich kann immer nur davon sprechen, was ich mache, Leute. Würde ich den Markt jetzt an aktueller Stelle shorten? Nein, würde ich nicht. Das Momentum ist einfach zu krass, Leute. Wie könnte man denn hier in einen Short einsteigen, in dem der Markt uns letztendlich irgendwas Bärisches dann generiert. Im Idealfall irgendwie hier anfängt, eine Reaktion innerhalb unseres Ziel-Levels zu zeigen. Erste, sage ich mal, Impulse gehen Süden aus, dehnt, um dann eine korrektive Erholungsbewegung einzuleiten. Und dann könnte man überlegen, ob man in den ersten Short einsteigt, den man dann bis nach unten hier tradet. Doch aktuell würde ich den Markt definitiv nicht shorten. Ich freue mich darüber, dass das Spot-Portfolio so glüht, dass wir gut investiert haben während dieser schweren, harten Zeiten. War ein sehr, sehr harter Bärenmarkt. Auch wieder, sage ich mal, sehr viel von Emotionen geprägt. Doch Leute, wir sind hier am Start des neuen Bullruns. Von daher, falls du Fragen hast, nutze gerne die Kommentare unterhalb dieses Videos. Oder wie immer der Hinweis, komm gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Hast du eine Community von über 2.300 Menschen, Investoren, Trader, mit denen du dich austauschen kannst. Und last but not least, falls du auf der Suche bist nach einer relevanten, guten Börse, dann join uns gerne auch hier auf BingX. Link findest du in der Videobeschreibung. Kostenlose Registrierung, kein KYC, keine Verifizierung nötig. Plus du hast die Möglichkeit, diese folgenden Boni hier abzusteigen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag haben wir heute. Falls das Video gefallen hat, gerne den Like-Button smaschen, gerne einen Kommentar für den Algorithmus dalassen. Und wie gesagt, gerne abonnieren und jeden Tag bestens vorbereiten, mit uns in den Train-Tag starten und definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr verpassen. Jetzt macht es erstmal gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.